So, in diesem Video werde ich dir die sogenannte Palma-Serie erklären. Und dafür schauen wir uns ein Wasserstoffatom an. Ein Wasserstoffatom, das besteht aus einem Proton und einem Elektron. Und so ein Atom, das kann elektromagnetische Strahlung emittieren. Und wenn du jetzt ein Experiment machen würdest und die Wellenlänge dieser Strahlung misst, dann würdest du was ziemlich interessantes herausfinden. Und zwar würdest du herausfinden, dass diese Strahlung nur aus ganz bestimmten Wellenlängen besteht. Im sichtbaren Bereich besteht diese Strahlung aus diesen Wellenlängen hier. Die habe ich hier genauer eingezeichnet. Die genauen Werte, die sehen folgendermaßen aus. Wir haben einmal eine Wellenlänge von 656 Nanometer, einmal eine Wellenlänge von 486 Nanometer, 434 Nanometer und 410 Nanometer und dann geht es hier noch weiter. Das heißt, diese Strahlung, die könnte zum Beispiel niemals aus elektromagnetischen Wellen mit zum Beispiel dieser Wellenlänge hier bestehen. Diese Wellenlängen, die ich hier eingezeichnet habe, die nennt man die sogenannte Balmasere. Aus diesen Wellenlängen besteht die elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Bereich eines Wasserstoffatoms. Das bedeutet, zum Beispiel hier im Infrarotbereich sind auch noch mehrere Wellenlängen möglich, aber wenn man sich nur den sichtbaren Bereich anschaut, dann sind genau die Wellenlängen der sogenannten Balmasere möglich. Und das Ganze, das wusste man schon lange. Man hat durch viele Experimente herausgefunden, dass diese Strahlung im sichtbaren Bereich nur aus diesen Wellenlängen bestehen kann. Aber man wusste ziemlich lange nicht, warum das so ist. Und die Erklärung, die kam mit dem Borschen Atommodell. Das Borschen Atommodell, das ist ja folgendermaßen aufgebaut. Diese Elektronen, die bewegen sich auf ganz bestimmten Umlaufbahnen. Die können sich nicht irgendwo bewegen, sondern nur auf ganz bestimmten Bahnen. Und diese Bahnen, die sind ganz bestimmte Energieniveaus. Das heißt zum Beispiel, wenn sich ein Elektron auf der innersten Bahn befindet, dann besitzt dieses Elektron immer eine Energie von minus 13,6 Elektronenvolt. Auf der zweiten Bahn besitzt das Elektron immer eine Energie von minus 3,4 Elektronenvolt. Auf der dritten Bahn von minus 1,51 Elektronenvolt und so weiter. Wir können uns das Ganze in einem Diagramm folgendermaßen veranschaulichen. Hier siehst du die Energie der verschiedenen Umlaufbahnen. Das hier, das wäre die erste Umlaufbahn. Und die Energie dieser Umlaufbahn wäre, wie schon gesagt, minus 13,6 Elektronenvolt. Und die Energie, die wird dann für jede Umlaufbahn immer größer. Hier oben nähert sie sich einer Energie von null Elektronenvolt an. Im Borschen-Atommodell kann jetzt auch noch Folgendes passieren. Und zwar können diese Elektronen zwischen den Bahnen hin- und herspringen. Zum Beispiel kann dieses Elektron von der dritten auf die zweite Bahn hinunterspringen. Dabei verliert es aber Energie. Die Energie der dritten Umlaufbahn ist höher als die Energie der zweiten. Und diese Energie, die kann ja nicht einfach verschwinden, sondern diese Energie, die wird in Form eines Photons abgestrahlt. Und die Energie dieses Photons ist genau die Energiedifferenz dieser beiden Energieniveaus. Und weil wir hier nur ganz bestimmte Energieniveaus haben, sind auch nur ganz bestimmte Übergänge möglich. Das heißt, dieses Photon, das kann nur ganz bestimmte Energien aufweisen. Und die Energie, die hängt mit der Wellenlänge folgendermaßen zusammen. Die Energie ist gleich h mal c dividiert durch Lambda. Und wenn wir jetzt nur ganz bestimmte Energien haben, dann können wir auch nur ganz bestimmte Wellenlängen haben für dieses Photon. Und das führt genau zu dieser Palmas-Serie. Wir können diese Palmas-Serie sogar hier in dieses Energiediagramm einzeichnen. Und zwar wird ein Photon im sichtbaren Wellenlängenbereich emittiert, wenn ein Elektron von irgendeinem höheren Energieniveau in das zweite Energieniveau hinunterfällt. Das heißt zum Beispiel, wenn ein Photon vom dritten ins zweite Energieniveau hinunterfällt, dann wird ein Photon emittiert, das genau diese Wellenlänge besitzt. Wenn es zum Beispiel vom vierten ins zweite Energieniveau hinunterfällt, dann wird ein Photon mit dieser Wellenlänge emittiert. Beim Übergang vom fünften ins zweite ein Photon mit dieser Wellenlänge. Beim Übergang vom sechsten ins zweite ein Photon mit dieser Wellenlänge. Und dann hier vom siebten ins zweite ein Photon mit dieser Wellenlänge und so weiter. Hier oben haben wir noch weitere Energieniveaus, die liegen aber ziemlich nahe beieinander. Deswegen liegen hier diese Wellenlängen auch ziemlich nahe beieinander. Und das wäre jetzt die Palmas-Serie in dieses Energiediagramm eingezeichnet. Die entsteht durch diese Elektronenübergänge. Wir können sogar mit einer Formel die Wellenlänge dieser Photonen berechnen. Diese Formel, die bezeichnet man die sogenannte Palma-Formel und die sieht folgendermaßen aus. 1 dividiert durch die Wellenlänge von diesem Photon ist gleich die sogenannte Rüthberg-Konstante. Das ist ganz einfach. Eine Konstante, die ist 1,1 mal 10 hoch 7 und die Einheit ist 1 durch Meter. Mal 1 dividiert durch 2 zum Quadrat, weil wir ins zweite Energieniveau springen. Minus 1 dividiert durch n Quadrat. Und dieses n Quadrat, das ist das ursprüngliche Energieniveau des Elektrons. Schauen wir uns noch ein ganz schnelles Beispiel an. Sagen wir, wir wollen die Wellenlänge des Photons berechnen, das emittiert wird, wenn wir vom dritten ins zweite Energieniveau springen. So für n ist gleich 3. Setzen wir hier die Reihe ein, das sieht dann folgendermaßen aus. 1 dividiert durch die Wellenlänge ist gleich die Rüthberg-Konstante mal 1 Viertel minus 1 Neuntel. Wenn du das jetzt in den Taschenrechner eintippst, dann solltest du auf diesen Wert kommen. 1 dividiert durch die Wellenlänge Lambda ist gleich 1,528 mal 10 hoch 5, 1 dividiert durch Meter. So und um jetzt auf die Wellenlänge zu kommen, müssen wir diesen Wert nur noch invertieren. Das sieht dann folgendermaßen aus, Lambda ist gleich 654,5 mal 10 hoch minus 9 Meter. Diese Wellenlänge, die gibt man meistens nicht in Meter an, sondern in Nanometer. Und dazu müssen wir diesen Wert einfach nur mit 10 hoch 9 multiplizieren, dann kürzt sich genau das hier weg. Und wir erhalten eine Wellenlänge Lambda von 654,5 Nanometer. Und das ist ungefähr diese Wellenlänge hier. Nicht genau, weil wir hier bei dieser Rechnung ein bisschen gerundet haben. Aber du siehst, wie wir uns mit dieser Formel die Wellenlängen dieser Palma-Serie berechnen können. Du fragst dich jetzt vielleicht noch, ist es denn nicht auch möglich, dass dieses Elektron von einem höheren Energieniveau gleich ins erste hinunterspringt? Und das ist natürlich auch möglich, wenn wir diese Übergänge mal hier einzeichnen, dann erhalten wir eine neue Serie. Das ist die sogenannte Luhmann-Serie. Du siehst, dass bei dieser Serie aber die Energiedifferenzen ziemlich groß sind. Und eine hohe Energie führt zu einer kleinen Wellenlänge, weil diese Größen indirekt proportional sind. Das heißt, wir befinden uns dann hier im ultravioletten Bereich. Und es gibt natürlich noch weitere Serien, wenn zum Beispiel dieses Elektron von einem höheren Energieniveau ins dritte Energieniveau springt oder ins vierte und so weiter. Die interessanteste Serie ist aber diese Palma-Serie hier, weil sich diese Serie genau im sichtbaren Bereich des Spektrums befindet. Falls du dir jetzt noch anschauen willst, wie man sich diese Palma-Formel herleiten kann, dann schau dir mein letztes Video dieser Playlist an. Den Link zur Playlist, den findest du jetzt noch unten in der Videobeschreibung.